Der spirituellen Name Kali Devi. Kali Devi ist ein spirituellen Name für Aspirantinnen mit Kali-Mantra. Kali Devi kann man in zwei Wörtern schreiben oder in einem. Kali Devi ist natürlich die Göttin. Kali Devi heißt Göttin. Wenn du den spirituellen Namen Kali Devi hast, dann soll es heißen, diejenige, deren Göttin Kali ist. Oder diejenige, die durch sich die Kraft von Kali hindurchwirken lassen will. Diejenige, die von Kali gelenkt und geleitet werden will. Wenn du den Namen Kali Devi hast, dann soll es heißen, du bist voller Hingabe an die göttliche Mutter. Und du weißt, die göttliche Mutter wird dir helfen, über alles hinaus zu wachsen. Du wirst in der Lage sein, letztlich das Höchste zu erfahren.